Ich wollte im Brawl Stars doch einfach nur Gratis-Eis verkaufen, aber dafür musste man in Solo-Showdown in die Zone gehen. Ein Zuschauer fand das Ganze nicht so cool. Wie hat er da drauf reagiert? Clash Games sagt, viel Spaß, hier gibt's Gratis-Eis, wenn ihr da hingeht. Keine Sorge, ist kein Scam. Nur da gibt's Gratis-Eis. E-Quack, Clash Games sagt, E-Quack bitte einmal da hin, da gibt's Gratis-Eis.